Epilog Teil 2 Narzissas Sicht Sie genoss die Zeit sichtlich, die sie für sich zur Verfügung hatte, und Physius schien ihr den Freiraum zu geben, den sie so dringend benötigte. Sie hatte zwar keinerlei Beziehung zueinander, aber er hatte sie gerne in sein Haus aufgenommen. Sie fand genug Zerstreuung, um sich von dem ganzen Geschehen abzulenken, aber schon nach kurzer Zeit begann sie, ihre Entscheidung infrage zu stellen. Natürlich bräuchte sie Abstand von allem, aber trotzdem vermisste sie die kurze Zeit, die sie in Spinnis End verbracht hatte. Es war nicht der Ort an sich, sondern eher die kurze, unbeschwerte Zeit, die ihr hier so sehr fehlte, und dann waren da noch diese Gefühle, die sie einfach nicht abstellen konnte. Physius oder Musse sich als Geschäftsführer eines Grossunternehmens um viel Organisatorisches kümmern, so dass sie die meiste Zeit alleine in seinem Haus zurückblieb. Natürlich hatte er sie zu einigen Veranstaltungen als Witwe seines Bruders mitgenommen, aber so wirklich Anschluss fand sie unter seinem bekannten Kreis nicht. Die Frauen waren allesamt eitel und stolz, so wie sie es selbst auch immer war, aber damit hatte sie sonst auch keine Probleme, da sie in London ebenfalls in solcherlei gehobenen Kreisen verkirte. Aber in solchen Momenten dachte sie oft an Jean zurück, an diese ungezwungene Frau, die sich nicht viel aus hochrangiger Etiketten machte, sondern mit dem Herzen sah, anstatt mit ihren Augen. Nach fast fünf Monaten beschloss sie, Kontakt zu Jean aufzunehmen und schrieb ihr einen Brief, welchen ihre neu gewonnene Freundin mit großer Freude empfiehlt. Liebe Jean, ich hoffe, es geht Dan und dir soweit gut. In Brasilien ist es wirklich wunderschön und es gibt sicher keinen Vergleich zum verregneten London. Trotzdem muss ich dir über diesen Brief mitteilen, dass er mir sehr fehlt. Ich weiß wirklich nicht, ob es die richtige Entscheidung war, England zu verlassen. Meine Sehnsucht scheint immer größer und es vergeht keinen Tag, an welchen ich nicht an euch zurückdenke. Ich hoffe, der Brief erreicht dich bei bester Gesundheit. Narzissa Sie musste tatsächlich nur bis am Abend warten, bis ihre Eule siebend einer Antwort erreichte und las diese begierig in der Hoffnung, mehr über die anderen zu erfahren. Liebe Narzissa, dein Brief hat mich unglaublich gefreut und ich kann dir sagen, dass es Dan und mir nie besser ging. Natürlich war es zu Beginn schwierig für mich, da mich meine Gabe ein wenig überfordert hat, aber nachdem Hermine und Draco ausreichend recherchiert haben, weiß ich endlich, damit umzugehen. Hermines Vergessenszauber hat eine Blockade gelöst, damit sich meine Gabe begann zu entfalten. Ich befreite mich Stück für Stück von dem Obliviate, welcher mit Dracos damaligem Legilimentik gänzlich gebrochen wurde und eine merkwürdige Verbindung zwischen uns entstand, in welcher wir miteinander agieren konnten und so der optimale Schutz entstanden war. Ich habe wohl unbewusst zusammen mit ihm das Haus in Spinnis Ends geschützt und kann diesen Schutzschild tatsächlich auch auf andere Personen und sogar auf ganze Orte ausweiten. Ist das nicht furchtbar spannend? Aber nun genug von mir. Dein Sohn ist wirklich hinreißend und er tut unserer Hermine mehr als gut. Sie besuchen uns wirklich sehr oft und durch Kingsley werden die zwei wohl sehr bald die Labore im Ministerium unsicher machen. Sie arbeiten dann zusammen, so wie denn und ich, in unserer neuen Praxis. Wie romantisch. Aber alles in allem kann ich dir versprechen, dass es hier sehr gut läuft und Draco das Ganze auch sehr gut verarbeitet hat. Kingsley ist ihm dabei eine große Hilfe, denn Hermine hat mir erzählt, dass er sie sehr oft im Grimaldplatz besucht, um intensivere Gespräche mit Draco zu führen. Es tut ihnen beiden jedenfalls gut. Worüber sie sprechen, weiß ich leider nicht, da auch Hermine nichts aus seinem Sohn herausbekommt. Es interessiert dich sicher, ob sie über dich sprechen, nicht wahr? Ich hoffe wirklich, dass wir zwei uns bald mal wiedersehen können. Du fehlst mir. Jean Sie führten diese Brieffreundschaft noch eine Weile fort, bis Narzissa ein paar Wochen später einen Entschluss fasste. Sie packte gerade ihre unzähligen Koffer, als es an die Tür ihres Zimmers klopfte und diesjes eintrat. Er überblickte das Haus aus unzähligen Schuhen und Kleidern, bis sein Augenmerk auf Narzissa verharrte, welche, zusammen mit einer ihrer mitgebrachten Hauselfen, versuchte, ein System in das Haus zu bekommen. Du reist ab? fragte er ruhig und betrat ihre Gemächer nun gänzlich. Nun ja, diesjes, ich kann nicht, begann sie, aber er unterbrach sie mit einer leicht erhobenen Hand. Ist schon gut. Du musst dich nicht erklären. Du bist nicht meine Frau, sondern warst die meines Bruders. Es ist nur verständlich, dass du zurück wirst. Ich habe mich eh schon gefragt, wann es soweit ist, meinte er, und Narzissa legte ihren Kopf etwas schräg. Du warst immer der Verständnisvollere, meinte sie, und diesjes lachte leicht. Du meinst im Gegensatz zu Lucius, ergänzte er und sah das schiefe Lächeln auf ihren Lippen. Sie sprachen zwar nicht oft über Lucius, aber Narzissa wurde mit der Zeit klar, dass sie keinen Grund hatte, sich weiterhin schlecht zu fühlen. Sie musste anfangen, ihren Selbsthass beizulegen und ihr Leben wieder zu leben. Endlich zu leben. Sissi, du weißt, dass ich es hätte damals verhindern können, dass Lucius und eine Hand anhält, begann er, und sie legte das zusammengefaltene Kleid zur Seite, welches sie gerade in den Koffer packen wollte, um ihm nun ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und warum hast du es nicht? Theseus erwiderte ihren Blick und trat langsam auf sie zu, um ihr dann ein paar Haare über die Schulter zurückzustreichen, während er sie kurz nachdenklich mussete. Weil ich wusste, dass Lucius diesen Triumph braucht. Die Loyalität zu meinem Bruder stand demnach an erster Stelle. Ich dachte, du würdest ihn ändern, ihn verzaubern, so wie du es mit mir getan hast, als ich dich das erste Mal in unserem Ballsaal erblickte. Du warst ein Anmut, Schönheit und Eleganz, nicht zu überbieten, und als wir uns das erste Mal unterhielten, hast du mich gänzlich in deinen Bann gezogen. Du hattest diese Vorstellung von einem kultivierten Leben, Kindern, die durch das Haus laufen sollten, und die nötige Haltung und Etikette, die eine Ehefrau eines Adligen mitbrachte. Ich dachte, dass auch Lucius dies in dir sah, und als ich hörte, dass er deinem Vater eine Aufwartung machte, war ich voller Hoffnung für ihn und bin nach Brasilien gegangen, damit ich euch nicht länger im Weg stehen würde. Aber mit den Jahren sah ich, wie sehr er dich unterdrückte und dieses Leuchten in deinen Augen verschwand. Erst als du Draco das erste Mal in deine Arme schließen konntest, kehrte dieses Leuchten zurück, und ich konnte nur noch unständig hoffen, dass es mit einem Kind besser werden würde. Aber dann kam alles nur noch schlimmer. Hätte ich damals gewusst, was geschehen würde, dann hätte ich meinen Bruder überboten, erzählte er, und Narcissa unterdrückte diesen fast schon sperzhaft aufsteigenden Knoten in ihrem Hals. »Warum erzählst du mir das ausgerechnet jetzt?«, fragte sie leicht wütend und griff nach dem nebenstehenden Kleidungsstück, um es trotzig in ihren Koffer zu werfen. Er umgriff ihren Arm und sie hielt inne. Weil ich gesehen habe, wie glücklich du, trotz der Situation, in Spinnas End warst. Du hast gelacht mit diesen anderen Menschen. Du warst glücklich und hast begonnen zu fühlen. Dieses Leuchten kehrte zurück, und ich sah es noch deutlicher, als Kingsley dich aus diesem Loch geholt hat. Nachdem wir geflüchtet waren, bin ich geblieben und habe euch unbemerkt beobachtet, wie sehr er sich um dich gesorgt hat und wie sehr du ihm vertraust. Schäme dich nicht, deine Gefühle wegen, Sissi. Denkst du, ich habe dich hier auch nur einmal lachen sehen? Aus vollem Herzen? Nein, du gehörst nicht hierher, und ich habe so sehr gehofft, dass du es endlich selbst einsiehst. Also bitte, geh zurück zu den Menschen, die du wirklich liebst, sprach er weiter und traf Narcissa genau da, wo sie es so sehr benötigte. Viel zu kalt war es, nach Lucius' Tod um ihr Herz geworden, und sie keuchte leicht, bevor sie ihrem Schwager um den Hals fiel und ihn in eine feste Umarmung zog. Er erwiderte es, als er seine Hände auf ihren Rücken legte und lächelte sanft. Ich werde dir einen Portschlüssel besorgen. Pack weiter deine Sachen, meinte er, und Narcissa tat wie ihr befohlen, doch dieses Mal mit einem Strahlen, von welchem man dachte, dass man es nie wieder sehen würde. Nervös trat sie von einem Fuß auf den anderen, nachdem sie ihre Sachen zu Jean gebracht hatte, zuvor noch viele Fragen beantworten musste, bevor sie gehen durfte. Doch nun stand sie endlich vor dem Gartentor des Grimauzplatzes. Sollte sie es wirklich tun? Vermutlich war er sowieso nicht da. Aber Jean sagte doch vorhin noch, dass er heute mit ihnen zu Abend essen wollte. Sie seufzte und trat, all ihren Mut zusammennehmend, durch das kleine eiserne Tor die wenigen Treppen hinauf. Sie zog ihre Kapuze tief ins Gesicht und hob ihre Hand, um anzuklopfen, aber da wurde die Tür auch schon nach innen aufgerissen und stand dem Mann gegenüber, der ihre Gedanken und Träume seit geraumer Zeit ins Geheimheim suchte. Entschuldigung, kann ich helfen? fragte er, und sie dachte, ihre Beine würden bei dem Klang seiner Stimme gänzlich nachgeben. Doch dann riss sie sich zusammen und schob mit aller Kontenanz ihre Kapuze zurück. »Hallo, Kingsley«, erwiderte sie und sah in das ungläubige Gesicht des Ministers höchstpersönlich. Kingsley schaffte es nicht, auch nur einen Muskel zu regen, als Draco plötzlich hinter ihm auftauchte. »Mutter?« Ihre Verwirrung überspielend, seines Schweigenwegens, wandte sie sich lächelnd an ihren Sohn, der ihr augenblicklich um den Hals fiel und sie dies leicht überrascht erwiderte. »Ich habe dich auch vermisst, mein Sohn«, sprach sie sanft und sah wieder vorsichtig zu Kingsley, während dieser noch immer bloß reglos dastand. Hermine, Ginny, Harry und Ron folgten und begrüssten sie ebenso freudig, als Ginny sie bereits überschwänglich hereinbad. Genötigt wurde sie in den Salon gezogen, während sie noch immer fragend über ihre Schulter sah. Kingsley folgte ihr mit einem Blick und erwachte erst in dem Moment, als Draco auf seine Schulter klopfte und ihn vielsagend ansah. »Ich denke, deine Papiere können warten.« Sprudelnd schossen die Fragen über Brasilien aus Ginny hervor, während Narcissa diese natürlich lächelnd beantwortete und wohlig an ihrem Tee nebte, als ihr Blick immer wieder zu Kingsley schweifte, der mit verschränkten Armen und einer eisernen Miene neben der Tür lehnte. Sie wollte natürlich mit ihm reden, aber fürs Erste war sie froh, dass sie nicht allein mit ihm war. Doch das sollte sich schneller ändern, als erwartet. »Leute, wir müssen los. Mom lässt den Flohanschluss für ihren Kamin nicht mehr lange offen. Ich habe wirklich keine Lust, wieder in der Schlampfhütte zu landen, wenn wir apparieren müssen,« meinte Ron und lächelte Narcissa entschuldigend zu, welche es aber mit einem Nicken abtat und ihnen deutete, ruhig zu gehen. »Ich werde zurück zu Gin und Dan gehen. Ich nächtige bei ihnen, bis ich etwas Eigenes gefunden habe,« meinte sie, als Draco ihr auch schon ein Zimmer im Grimaldplatz anbieten wollte, aber sie dies mit einem sanften Lächeln ablehnte. »Ist schon okay. Ich mag es in Greenwich. Sehr idyllisch, die Gegend. Außerdem wollt ihr hier doch sicher unter euch bleiben,« meinte sie, als sie im Augenwinkel vernahm, wie Kingsley aus dem Salon verschwand. Draco bemerkte natürlich, dass ihr Augenmerk eher auf dem Minister lag als auf ihn und drückte leicht seinen Kopf in die Richtung der Tür. »Vielleicht solltest du erst mal mit ihm reden, bevor du wiedergehst. Es scheint mir viel Klärungsbedarf zwischen euch,« sprach er, und sie blickte ihren Sohn überrascht in die Augen. »Nun geh schon. Er wird im Arbeitszimmer sein,« setzte er grinsend nach und drückte ihr noch einen flüchtigen Kuss auf die Wange, als er sich noch mal herumdrehte und sie anlächelte. »Schön, dass du wieder da bist,« sagte er, bevor er als Letzter durch den Kamin in den Fuchsbau verschwand.